Herzlich willkommen zu Urknall-Welt und das Leben. Heute gibt es mal einen Beitrag anderer Art. Üblicherweise ist ja Astronomie interessant. Wir schauen da noch draußen und erkennen das eine oder andere um unsere Welt. Aber so richtig relevant für unser tägliches Leben, also wenn es nicht gerade um Einschläge von Asteroiden geht oder solchen Geschichten, dann ist das doch begrenzt erst mal. Ja, aber unsere Sonne, die ist einfach von so zentraler Bedeutung, dass ihre Eskapaden, wenn sie irgendwelche koronalen Massenauswürfe zeigt, irgendwie anderweitig elektromagnetische Wechselwirkungen mit dem Planeten veranstaltet, starke Winde und solche Geschichten, naja, das können wir dann hier schon spüren. Und ein Extremfall davon wäre ein Carrington-Event. Das wird der Christian jetzt gleich im Detail erklären. An ihn wurde die Frage nämlich gestellt, wir haben ja auf unserer Webseite urknall-weltall-leben.de mittlerweile einen Menüpunkt eingerichtet, wo sie Fragen zu Büchern und Videos eben stellen können. Und unser gesamtes Team steht ihnen da zur Verfügung. Und diese Frage, die war jetzt so interessant, dass wir dachten, da machen wir einen Videobeitrag dazu. Nämlich, was muss man denn jetzt hier eigentlich befürchten bei so einem Carrington-Event? Muss man sich da Sorgen machen? Ist ja nicht mehr so ganz von der Hand zu weisen. Es gibt sogar eine richtige Szene mittlerweile, die sogenannten Prepper. Also es kommt von To Be Prepared, also vorbereitet sein auf irgendeinen Blackout zum Beispiel. Also da gibt es eine richtige Szene, wenn Sie das mal verfolgen wollen, von Leuten, die rüsten sich hoch, die haben ein Notsturmaggregat, um einfach mal zwei Wochen zu überbrücken mit entsprechenden Treibstoffen und Lebensmitteln. Und die sind dem Allernötigsten. Und ich denke, da geht es ja in erster Linie immer um diesen Lastabwurf, der befürchtet wird. Wenn also die Frequenz in unserem Stromnetz, wenn es nicht mehr 50 Hertz wären, wenn es zu stark schwankt, dann werden ein paar Lasten abgeworfen. Und dann, ich glaube, bei 47,5 Hertz oder sowas, kommt es dann zu einem großen Lastabwurf. Und dann geht man davon aus, dass es eben so lange dauert, bis die dann wieder alles hochgefahren haben. Naja, lange Rede kurz zu sehen. Wenn erst mal dieser Carrington-Event die Runde macht, wenn dieses Video auf die Prepper-Szene trifft, ich denke, dann sollte man sich vorher schon mal so ein Aggregat besorgt haben, dann werden die ausverkauft sein. Weil das ist natürlich nichts, was mal auf zehn Tage gerechnet zu lösen ist, sondern das kann lange dauern, bis nach so einem Event tatsächlich alles wieder zur Normalität zurückgekehrt wäre. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, meine liebe Frau, sie schaut ja die Videos nicht, kann ich ja so erzählen. Was hat sich die zum Geburtstag gewünscht? Ein Notstromaggregat. Die hat mittlerweile wirklich schon so viel Angst jetzt. Diese Katastrophen, diese Flutkatastrophen, die wir erlebt haben im Laden, die einfach, das Vertrauen schwindet immer mehr, dass hier schnell Hilfe käme. Und ja, meine Frau wünscht sich ein Notstromaggregat. Was habe ich gemacht? Jetzt habe ich eins besorgt. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Happy wife, happy life. Aber jetzt soll Christian mal genau erklären, worum es sich handelt bei einem Carrington Event. Ein Thema, das bei der Sonne sehr viel Interesse auch hervorgerufen hat, und es gibt dann noch zwei weitere Fragen, die damit zusammenhängen, ist, wann kann man mit dem nächsten koronalen Massenausbruch rechnen und was wäre, wenn das Magnetfeld der Erde dann gerade besonders schwach ist. Das bezieht sich darauf, dass von Zeit zu Zeit von der Sonnenoberfläche durch die Corona Gaseruptionen stattfinden und hier durch die Corona dann auch beschleunigt, durch Magnetfelder in der Corona beschleunigt, Masse, Gas, Energie in Form von Plasma von der Sonne in den Weltraum geschleudert wird. Und wenn das die Erde trifft, dann kann das sehr unangenehme und negative Auswirkungen haben. Ich komme dazu gleich noch in der Beantwortung einer anderen Frage. Die Frage ist halt hier, können wir eigentlich, wissen wir eigentlich, wann solche Ausbrüche passieren? Leider muss man sagen, nein, längere Vorausberechnungen kann man hier nicht machen. Wir wissen nicht, wann der nächste große Ausbruch bevorsteht. Und zusätzlich, was das Ganze noch schwieriger macht, ist, die Sonne rotiert ja auch langsam in knapp einem Monat um ihre Achse. Und diese koronalen Massenausbrüche können in jede mögliche Richtung eigentlich gehen. Und dass sie zufällig die Erde treffen, das ist jetzt nicht natürlich maßstabsgetreu, dieses Bild hier, das ist nicht sehr oft der Fall, kommt aber natürlich vor. Was möglich ist, sozusagen wenn, die Sonne wird ja dauernd beobachtet, wenn so ein Ausbruch gerade im Entstehen begriffen ist, dann dauert es ja auch, dann kann man natürlich berechnen, in welche Richtung das gehen wird und auch mit welcher Geschwindigkeit das passiert. Und dann kann man ausrechnen, ungefähr wie lang dauert dieser Plasmastrom, bis er die Erde oder eigentlich das Magnetfeld der Erde trifft. Und hier hat man dann glücklicherweise einige Stunden, so einen halben Tag ungefähr, Vorwarnzeit. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, reicht aber aus, um bestimmte Vorkehrungen zu treffen, wenn es solche Notfallpläne auch gibt, dazu gleich noch mehr. Zusätzlich noch, das Magnetfeld der Erde, wie hier richtig auch angemerkt wird, ist nicht permanent immer in derselben Stärke vorhanden, sondern es ändert die Stärke mit der Zeit. Wir wissen ja auch, von Zeit zu Zeit, aber auch hier nicht in regelmäßigen Abständen, muss man gleich auch dazu sagen, das lässt sich auch nicht vorher berechnen, polt sich das Magnetfeld der Erde um. Der Nordpol, der magnetische Nordpol, wird zum Südpol und umgekehrt. Das ist etwas, was alle paar hunderttausend Jahre einmal auftritt, im langfristigen Durchschnitt, aber wir wissen nicht genau wann. Wenn so eine Umpolung auftritt, dann wird das Magnetfeld der Erde immer schwächer, 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 dann gibt es kurze Zeit überhaupt mehr kein Magnetfeld und dann baut es sich mit umgekehrter Polarität wieder auf. Diese Phase, die kann, wir wissen es nicht so genau, aber einige Zehnerjahre bis einige Hundertjahre vermutlich dauern, dass das Magnetfeld der Erde ganz, ganz schwach oder fast nicht vorhanden ist. Trifft natürlich ein koronaler Massenauswurf die Erde während einer solchen Phase, dann ist es besonders schlimm, tatsächlich. Sehr unangenehm das Ganze. Kommen wir wieder, auch hier, das Magnetfeld spielt eine Rolle, wieder zu diesen koronalen Massenausbrüchen. Diesem Zusammenhang wurde der sogenannte Carrington Event erwähnt. Die Frage lautet, müssen wir jetzt in Panik ausbrechen, weil so ein Ereignis erneut in dieser Ausprägung vorkommen kann und wie wahrscheinlich sind solche katastrophalen koronalen Massenauswürfe? Corona Mass Ejection wäre der englische Begriff, deswegen steht hier auch CME. Das ist eigentlich eine wirklich spannende Frage, der ich vielleicht einmal auch eine eigene Vorlesung widmen werde, mit dem Titel überhaupt Katastrophen aus dem Weltraum, wo das dann sicher auch einen breiten Raum einnehmen wird. Der Carrington Event, ganz kurz noch zur Wiederholung, was das eigentlich ist oder war. 1859 wurde die Erde getroffen von so einem koronalen Massenauswurf von der Sonne. Ein großes Plasma-Paket hat das Erdmagnetfeld getroffen. Die induzierten Ströme sind auf die Oberfläche gelangt, haben dazu geführt, dass bis in den Mittelmeerraum in Europa bzw. bis in den Golf von Mexiko in Nordamerika Nordlichter zu sehen waren und haben damals, dürfen wir nicht vergessen, 1859, da hat es noch keine Stromleitungen gegeben, da hat es noch keine Telefonleitungen gegeben, das Telefon war noch nicht erfunden, da hat es noch keine Pipelines gegeben, gar nichts, aber Telegrafen, Leitungen und Telegrafen hat es gegeben. Und diese Telegrafen, die sind teilweise durchgebrannt. Man berichtet, dass aus diesen Telegrafen Geräten Funken herausgesprüht sind. So stark waren die induzierten Ströme. Jetzt, wenn wir uns ansehen, was passieren würde, wenn so ein Ereignis heute passieren würde. Naja, unglücklicherweise mit der heutigen Hochtechnologie eine ganze Menge und viel mehr als im Jahre 1859. Zum Beispiel gab es einen anderen, auch einen Mini-Carring-Event, könnte man sagen, 1921, der war auch ziemlich stark, hier zum Beispiel die Magnetfeldstörungen auf der Oberfläche, man sieht das ja ganz Nordamerika, bis runter nach Mexiko, eigentlich sogar bis in die Karibik hinein, ist betroffen. Und 1989 war ein weiterer so ein Strom, viel geringer, ein Zehntel vielleicht, im eigentlichen Carrington-Event. Und auch hier wieder Teile von Kanada und die Grenze zwischen den USA und Kanada waren hier betroffen. 1989 war die Technologie schon fortgeschrittener, hat unter anderem dazu geführt, dass 6 Millionen Menschen in Quebec für manche nur Stunden, manche sogar aber Wochen ohne Strom waren. Warum? Dazu gleich noch mehr. Was passiert bei so einem großen Carrington-Art-Event? Nun, die Wechselwirkung einerseits mit den Magnetfeldern, aber andererseits auch die direkte, hochenergetische, kosmische Strahlung, die von der Sonne herkommt, kann einmal die Elektronik von Satelliten stören oder zerstören. Das hat natürlich einerseits den Effekt, dass Telekommunikation, Fernsehen und ähnliche Dinge, die über Satelliten läuft, gestört und zerstört ist. Aber viel, viel wichtiger ist eigentlich, dass das sogenannte Global Positioning System, also die GPS-Koordinaten, von denen viele, viele Transportmechanismen, Schiffe, Flugzeuge, aber auch andere Geräte sogar lokal vor Ort abhängen, dass die entweder wegfallen oder grob gestört sind. Was auch noch passiert ist, durch die Erwärmung der Atmosphäre, die kurzfristige, dehnt sich die Atmosphäre noch aus, was natürlich Auswirkungen auch auf die Raumschiffe und Satelliten hat, die werden dann teilweise, durch die auf einmal vorhandene Atmosphäre, wo vorher keine war, gestört, können sogar bis zum Absturz kommen. Und was auch sehr unangenehm ist, durch die erhöhten Magnetfelder an der Oberfläche jetzt, kommt es zu induzierten Strömen, also elektrischen Strömen, in metallischen Objekten, vor allem Kabeln, Leitungen, Pipelines, und die dadurch gestört oder zerstört werden können. Bevor ich zum nächsten Bild komme, wo wir das noch etwas genauer uns ansehen, wie wahrscheinlich sind solche katastrophalen koronalen Ausbrüche? Nun, man geht heute davon aus, dass das vielleicht alle hundert oder ein paar hundert Jahre einmal so etwas wie der Größe eines Carrington Events auftritt. Kleinere sehen wir passieren auch öfters, dass sie auch die Erde treffen. Also heute sozusagen sagen Schätzungen, dass ungefähr alle hundert bis zweihundert Jahre die Erde von so einem großen Sonnensturm getroffen wird. Während das vor ein paar hundert Jahren oder auch noch 1859 Nordlichter gezeigt hat, Telegrafen vielleicht Funken gesprüht haben und Magnetkompasse verrückt gespielt haben, dann haben solche Sonnenstürme für unsere heutige von der Technologie und von Elektrizität, vor allem sehr abhängigen Welt, viel, viel stärkere Einflüsse und Auswirkungen und eigentlich sehr unangenehme Auswirkungen. Vor wenigen Jahren hat ein internationales Forscherteam von der American Geophysical Union berechnet, welche Kosten so ein riesiger Sonnensturm à la Carrington Event für die USA und für andere hochtechnisierte Länder haben würde. Und das Ergebnis ist einerseits, dass ungefähr zwei Drittel der Bevölkerung der USA und daher auch Europas im Vergleich von Ausfällen des Stromnetzes und der Telekommunikation betroffen sein würden. Das führt zu finanziellen Verlusten allein für die US-Wirtschaft von 40 Milliarden Dollar pro Tag. Das sind ungeheure Summen. Aber es geht nicht nur ums Geld. Wir kennen jetzt ja auch aus der Pandemie die Problematik, dass sehr viel Geld verloren geht, dass Jobs verloren gehen, dass die Wirtschaft weniger wächst, dass manche Wirtschaftszweige nicht sehr gut dastehen. Aber diese Effekte hätten verheerende Folgen auch auf unser tägliches Leben viel mehr als eine Pandemie. Während dieser Pandemie haben wir nämlich die Möglichkeit gehabt, dass wir weiterhin mit Kollegen in der Industrie, in den Firmen per Internet, per Telefon kommunizieren, dass wir weiterhin Fernsehen und Radio hören können, ja, dass wir weiterhin unsere Wäsche waschen, dass wir weiterhin Licht aufdrehen können, kochen können und so weiter, mit dem Auto wohin fahren können. Das vergessen wir, wenn es einen solchen Sonnensturm gibt, wenn es keinen Strom gibt. Man braucht sich dann nur vor Augen halten, was hier passieren kann. Durch diese induzierten Ströme werden einerseits, wie in diesem etwas utopischen Bild hier gezeigt, alle Leitungen, die übergrund sind und die frei sind, können durchbrennen, schmelzen. Das gleiche trifft auch für Pipelines zu. Auch diese Pipelines können durch die induzierten Ströme teilweise schmelzen, teilweise aber zumindest alle technischen Komponenten durchbrennen. Die Stromleitungen, aber auch die anderen, die unterirdisch sind, die werden dann diese induzierten Ströme an die Transformatoren weitergeben und die Transformatoren brennen durch. Genau das ist 1989 in Quebec passiert. Wenn die Transformatoren durchbrennen und wenn es hunderte Transformatoren sind, da geht man nicht in den nächsten Supermarkt oder Baumarkt und kauft einen neuen Transformator, sondern die liegen nicht auch irgendwo auf Halde, sondern die muss man neu bauen. Das dauert. Dazu braucht man übrigens auch oft Strom, das zu bauen. Also das ist schon mal eine große Schwierigkeit. Das gesamte GPS-Netz, das von Fahrzeugen, von Mobiltelefonen, von Flugzeugen genutzt wird, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wenn es keinen Strom gibt, dann gibt es auch kein Frischwasser, weil das Wasser meistens gepumpt wird. Dann gibt es auch kein Abwasser, weil das Wasser meistens weggepumpt wird. Dann können Sie mit dem Auto zwar zur nächsten Tankstelle fahren, Sie werden aber keinen Benzin bekommen, weil auch der mit Strom gepumpt wird. Sie können auch nicht im nächsten Supermarkt einkaufen gehen, weil heutzutage ja alles nicht mehr gescannt wird und Computerkassen und so weiter. Man kann nicht mehr bezahlen, es gibt keine Verbindung mehr mit den Banken und so weiter. Auch die Mobiltelefone werden nicht mehr funktionieren, so wie Sie das auch jetzt schon bei großen Unwettern zum Beispiel und damit verbundenem Stromausfall zumindest lokal nicht tun. Sie haben dann aber auch über regional und globale, oder zumindest semi-globale Distanzen, keine Verbindungen mehr. Stellen Sie sich einfach nur ein bisschen vor, was passiert, wenn Sie zwei Wochen lang keinen Strom haben. Kein Licht, kein Gas, kein Wasser, kein Kochen. Haben Sie Kocher zu Hause, Propangas-Kocher? Vielleicht auch nicht. Also hier könnte man nur beginnen, nachzudenken, was hier passieren kann. Hier zwei schöne Bilder, die zwei Großstädte der Welt ohne Strom zeigen. Und wenn man glaubt, es ist schlimm, dass man zu Hause dann vielleicht nur die Dinge essen kann, die nicht gekocht werden müssen oder können, solange man sie hat, dann sollte man nicht vergessen daran zu denken, was passiert bei medizinischer Infrastruktur beispielsweise. Spitäler, die haben zwar Generatoren, die halten aber meistens nur einige wenige Tage. Dann ist auch das weg. Also man möchte hier jetzt nicht Panik verbreiten, aber die Frage, müssen wir in Panik verfallen, wenn so etwas passiert, die ist eigentlich mit einem vorsichtigen Ja wahrscheinlich schon zu beantworten. Und zwar zumindest in meinen Augen hat das viel unangenehmere Nebenwirkungen als zum Beispiel jetzt diese Pandemie, durch die wir uns gerade durchkämpfen. Denn die Infrastruktur funktioniert jetzt, die wird dann bei seinem Sonnensturm nicht mehr funktionieren. Was das auch für soziale Auswirkungen hat, kann sich jeder, glaube ich, selbst ausmalen. Also keine sehr angenehmen Erwartungen. Glücklicherweise, aber noch einmal passiert das nur alle ein paar, vielleicht 100 Jahre, 200 Jahre. Und wir hätten ja einige Stunden Vorwarnzeit. Wenn wir nämlich während dieser Vorwarnzeit das Stromsystem herunterfahren, die Generatoren und die Transformatoren vom Netz nehmen, und zwar physisch trennen, dann überleben die. Und dann kann man sie nachher, nachdem diese Sonnenstürme dauern, nur vielleicht einen halben Tag, dann sind sie wieder vorbei. Die Zerstörungen, die sie anrichten, sind viel längerfristig. Aber warte ich diesen halben Tag und fahre dann das Stromnetz wieder hoch und schalte die Satelliten ab und ähnliche Dinge, dann kommen wir besser durch so eine problematische Zeit. Aber dazu müsste es in vielen Ländern Notfallpläne geben. Und ich glaube, es kann sich jeder ausrechnen, ob es die gibt oder nicht. Nicht sehr viel. Genauso wenig, wie es Notfallpläne für Viruspandemien gegeben hat. Und ich glaube, es ist nicht alles. Vielen Dank.